Ein kleiner Tipp aus meiner Stimmwerkstatt wieder. Ich habe gerade wieder einmal bei einem meiner Gesangsschüler, sage ich halt, jetzt wieder gesehen, wer den Verstand oder die Vernunft zu stark einsetzt, verkrampft sich. Du musst beim Singen oder beim Sprechen einfach dein Instrument schon beherrschen. Du solltest das im Vorfeld üben, schöne Techniken üben, die man kann und dann einfach vergessen, dass es diese Techniken gibt, wenn du Text sprichst oder Songs singst oder Arien singst. Dann zählt eigentlich nur noch der Inhalt, nur noch die Musik oder nur das, was du rüberbringen willst zu deinen Zuhörern. Dann vergiss das, weil du machst dich eng, du verkrampfst, du denkst, oh Gott, was muss ich jetzt machen und da muss ich was machen. Nein, komplett vergessen. Schalte dein Gehirn aus, lass nur noch deine Stimme und dein Geist sprechen. Das war mein Tipp für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.